Ja, einen Tag vor den ersten Verhandlungen über das mögliche zukünftige Parteiprogramm der neuen Partei, die eventuell Deutschland total revolutionieren könnte mit Hilfe der Inspiration der 20 Reformen der Next Scientists for Future, und später dann auch, das verfolgt man auch noch, unsere Anregung, noch die Gemeinwohlökonomie, das Christian Felber noch mit dazu zu nehmen in die Gesprächsrunden, damit man was hat, um sich zu reiben, genauso die Ideen der Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Volksentscheide und allgemein der Mehr-Demokratie-Konzepte, auch wenn wir die nicht gerade für chancenreich halten, diese Konzepte. Das heißt, wir werden nachher also nochmal dann diese Tagesthemen behandeln, und wir beginnen aber vielleicht vor den Kurznachrichten mit der Sensation, dauerhaft schlank funktioniert erstmals, also wir haben im Prinzip im Moment zwei Sensationen, wenn das sich entwickeln sollte mit der neuen Partei, dann wäre das eine Weltsensation, das wäre auf der Welt die erste Möglichkeit, wirklich einen, ja gerade von Rainer Langhans gefordert, dass Entwicklung eines neuen Systemes sozusagen, würde das erstmals erfüllen, und zwar eines positiven Systems, mit dem wirklich alle leben können, vom Milliardär bis zum Ärmsten sozusagen, ja, und zwar gut leben können, viel besser als bisher, tausendmal glücklicher, tausendmal gesünder, länger leben und in einem reicheren Deutschland insgesamt, wo dann alle irgendwo was abkriegen auch, ja. Ja, so, ja, dann, heute haben wir kein Tagesbild, sondern das ist unser Tagesbild heute, dann gehen wir doch mal hier hin kurz, hier. Sie googeln also, geben bei Google nur vier Worte ein, Weltrat der Weisen, so geschrieben, Forum, Forum, Forum können Sie ja auch schreiben, vier Worte und dann kommen Sie auf dieses Forum und also eine der sechs Homepages rund um die Next Scientist for Future und dann gehen Sie hier runter und sehen dann irgendwo hier, irgendwo muss es doch kommen, Gesundheitstipps und Neues, da klicke ich jetzt mal drauf und dann gucken wir mal, wo das jetzt kommt, ah ja, hier ist es, ne, dann rücken wir das doch mal schön in die Mitte der zwischen den grünen Dingern hier, ja, so können wir es lassen. Ja, Sensation, endlich nach Jahrzehnten ein funktionierender Weg zum Abnehmen und Schlankbleiben gefunden, siehe weiter unten und, ja, das funktioniert schlecht hier, bei Weltrat und www.nextscientistsforfuture.de ist selbstverständlich völlig kostenlos für alle, ja, also, was Sie allerdings nicht machen sollten, Sie sollten nicht bereit sein, Räume in Ihrer eigenen Wohnung aufzubrechen, nur um am Essen oder an Ihre Suchtmittel ranzukommen, Sie sollten mit Gewalt, also, und Sie sollten dazu so viel Anstand im Leib haben, dass Sie sich, dass Sie weder draußen betteln gehen, noch andere, von anderen Menschen sich was leihen würden, nichts anschreiben lassen, dass, wenn Sie solche Gewohnheiten haben, dann wird es schwierig, denn dann können Sie sich nicht vom Essen abschließen, sozusagen, und bisher ist es das Erste und Einzige, was wirklich funktioniert und den Dauereindruck macht, dass man so mit der Tresor, mit Einwurfmethode, oder kurz Tresor-Methode, dass man da die Chance hat, dauerhaft das Problem zu lösen, sich sozusagen die Einschließmethode, dass man sich einschließen lässt, sozusagen, die ist scheinbar nicht erforderlich, ja, die ist dann, das wäre die höchste Stufe, dass man sich einschließen lässt, um vom Essen abgesperrt zu werden, ja, das geht ja auch für viele vielleicht auch gar nicht und so weiter, nur im Urlaub würde das gehen und so weiter, und dann gibt es eben die, hier können Sie dann alles Inspiration kriegen, eine Anregung, wie Sie das dann bei sich praktizieren, ja, also entweder Sie machen, also sozusagen ein Räumchen in der Wohnung, eine Kammer in der Wohnung, ja, vielleicht am besten oben eine kleine Ecke aussägen, sodass Sie Geld, sodass Sie die später wieder mit Holzkit wieder anmontieren können und überlackieren können und so weiter, falls Sie ausziehen irgendwann aus der Wohnung, aber verwandeln Sie die in eine Art Tresor und unten muss vielleicht sowas wie eine große Tischplatte drin sein, sodass, wenn Sie dann Ihr Geld, wenn Sie dann täglich mit einem 5-Euro-Schein, also mit maximal 5 Euro einkaufen gehen, gesundes Essen einkaufen und sofort danach das Geld da einwerfen, dass Sie nicht rankommen, weil es auf dieser Tischplatte landet und Sie keine Chance haben zuzugreifen, also Sie können sich Ihren Tresor bauen, sei es in der Wohnung, sei es im Keller, mit dem Kellerraum, sei es sozusagen, dass Sie wirklich einen Tresor oder einen Stahlschrank oder irgendwas kaufen mit einem Einwurfloch, sozusagen, das können Sie ja raussägen lassen oder selber raussägen und so weiter, also auf jeden Fall was richtig Abschließbares, was Sie wirklich nicht aufbrechen, und dann können Sie hier alles nachlesen, wie Sie es schaffen und bis jetzt funktioniert das wunderbar, ich habe jetzt also mit 4 Euro durchschnittlich pro Tag mich ernährt, habe vielleicht gestern ein paar Gramm zu viel gegessen, ich hätte nur den Kohlrabi alleine mir kochen und roh essen, also immer ein Teil roh, ein Teil gekocht, hätte ich mir das machen sollen ohne, ich habe noch 3 Möhren dazu genommen und Rucola und ich hätte die Möhren weglassen sollen, weil das waren vielleicht schon wieder ein paar Kalorien zu viel, also ich habe wohl irgendwie ein paar Gramm zugenommen von gestern auf heute, also Sie sollten sorgen dafür, dass Sie von allem, was Sie essen, wie es hier steht, dann immer nur eins essen und wenn ich jetzt denke, dass ich schon mit der Kohlrabi und den 3 Möhren schon etwas zugenommen habe, dann ist es halt so, dass möglicherweise Sie wirklich auch vorsichtig sein müssen mit diesen Großpackungen, 500 Gramm Haferflocken, 500 Gramm Linsen, Erbsen, Kichererbsen, wenn Sie die an einem Tag essen, dann könnte es sein, dass Sie dann ins Zunehmen geraten, also das sollten Sie dann rationieren, das steht aber alles hier, also hier, Sie sehen es, Sie können hier alles ganz gemütlich nachlesen und so weiter. Ich mache es gerade mal für Sie, damit Sie vielleicht nicht googeln müssen, aber das gibt ja noch so viele andere Beiträge hier, Sie sollten auf jeden Fall googeln, aber ich mache es für Sie mal so langsam, dass Sie vielleicht es auch am Bildschirm dann durch pausieren lesen können, also hier, so, Ne, das dauert zu lange, also Sie sollten, müssen schon googeln und müssen sich das alles durchlesen, ja, das lohnt sich wirklich, es wird auch immer wieder aktualisiert, damit es auch so auf dem neuesten Stand dann jeweils ist und wie gesagt, im Moment liegen wir quasi, gesunde Ernährung würde dann bedeuten, im Moment 120 Euro im Monat und das braucht man, um sich gesund zu ernähren, vielleicht wird der Schnitt noch sinken oder etwas steigen, also irgendwo zwischen drei und fünf Euro am Tag wird es wohl rauslaufen, denke ich mal, ja, am Ende und das würde bedeuten zwischen 90 und 150 Euro, was dann auch sozusagen die Basis eines entweder mini-bedingungslosen Grundeinkommens wäre oder des zukünftigen Hartz IV, weil, und dann müssen wir natürlich dazunehmen, vielleicht noch 40 Euro für den Strom und vielleicht noch 30 Euro für Internet und Internetfernsehen, also so, denn Internet-Telefon, Internetfernsehen, so dass man dann nochmal 70 Euro zuschlagen muss und der Rest ist dann Pflegeversicherung, Krankenversicherung und Rechtsschutzversicherung und Wohnung, sozusagen Recht auf Wohnung und ja, dann hätte man, also dann wäre man völlig angstfrei, weil man wirklich alles hat, was man braucht, um gesund, schlank und satt zu werden sozusagen und Internet, also Weltkontakt und Telefon und alles hat sozusagen und dann allen weiteren Luxus muss man sich halt erarbeiten, wie sich das ja auch anständigerweise gehört, ne? Ja, dann gehen wir mal zurück zu unserem heutigen Tagesbild, das ist ja unser Tagesschau-Bild, ja? So, und jetzt habe ich hier erstmal die Kurznachrichten. Aktiver. Ja, jetzt, das ist mal was zur, zur Thematik der Evolution, ja? Der aktive Rückbau der Exzene, davon sollten wir sprechen, also die Exzene des Menschen, der aktive Rückbau war vor circa 4 Millionen Jahren wohl endgültig abgeschlossen und das bedeutet in der Evolution immer, dass damit die körperlichen Voraussetzungen für Rivalenkampf und für Eifersucht abgebaut wurden und das geht immer in der Evolution einher damit, dass der Mensch wahrscheinlich genetisch jegliche Rivalenkampfgelüste und eifersüchtigen Tendenzen verloren hat. Jetzt ist ja natürlich die Frage, woher kommen dann die heutige Eifersucht und die Eifersuchtskämpfe oder Morde und so weiter? Die kommen eben daher, dass die, unsere Fehlanreizgesellschaft zwang, die zwang uns wieder, also geistisch und psychisch zurück in Eifersucht und Rivalenkampf, aber diesmal, also mimetisch, psychologisch, seelisch und geistig, aber nicht genetisch. Das heißt, das ist nur eine antrainierte Gewohnheit, die durch unsere Fehlanreizgesellschaft deswegen nötig ist, weil sexuelle Unterdrückung einfach zu mehr Konsumsucht und zu mehr Kaufsucht und Shoppingsucht führt und so hat sich das Ganze dann evoluiert. Ja, bei Fridays for Future waren also viel weniger Teilnehmer als früher. Das geht also drastisch zurück und Rainer Langhans sagt das ja ganz ehrlich und der ehemalige 68er, Fridays for Future, ist gescheitert. Natürlich müssen sie scheitern, weil die einzige Chance, die sie gehabt hätten, wäre mit dem Kooperationspartner nextscientistsforfuture.de und das haben sie entweder nicht verstanden oder aus irgendwelchen verqueren Gründen nicht gewollt. Also ich gehe mal davon aus, dass sie es einfach nicht verstanden haben, dass das ihre einzige Chance ist. Und jetzt ist das halt eine sterbende Bewegung wie Occupy zum Beispiel. Ja, dann sagt irgendein Arzt prognostiziert, 85 Prozent der Betten werden im November von schwer kranken Corona-Patienten belegt sein. Ja, das ist wieder das Gleiche. Wir haben ja gelernt anhand der Analyse der Fehlanreize im Gesundheitssystem und der Evolution der Vorteilbringenden Irrtümer in der Medizin, einschließlich der standardmäßigen Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer in der Medizin, dass sozusagen man jede Prognose eines Arztes mal durch den Faktor 10 teilen muss und verringern muss und dann ist man vielleicht bei der Realität. Ja, denn jeder Arzt hat, glaubt wirklich, dass alles immer zehnmal schlimmer kommt, als es in Wirklichkeit kommen würde. Bitte hier unten rechts dieses runde Ding anklicken, die Geschwindigkeit doppelt so schnell zu stellen, denn ich spreche ja so langsam und werde jetzt noch langsamer sprechen. Das sind alles Fantasien, das sind alles Gefährlichkeitsüberschätzungen der Medizin, zu der jeder normale Arzt und Psychologe neigt. Das gehört zum Geschäft, gehört zur Verkaufstechnik, könnte man sagen, zur Unbewussten, denn die Leute sind sich ja nicht bewusst, dass sie damit einfach nur ihren Verkauf ankurbeln mit solchen Gefährlichkeitsüberschätzungen, mit solchen Fantasien und wobei wir dann auch gucken müssen, wir haben ja vorgeschlagen, dass Biologen in den Gesundheitsämtern dafür sorgen müssen, dass jetzt nicht dann eine selbsterfüllende Prophezeiung geschieht, dass die Ärzte sozusagen jetzt leichtfertig, leichtkranke in die Intensivbetten und Beatmungsbetten legen, dann sind die natürlich ruckzuckvoll. Und ja, also die Frage ist eben, wo ist die Realität und wo sind die Fantasien von einer verkaufsfördernden Gefährlichkeitsüberschätzungstendenz der Medizin? Also wenn der Anstieg in Wirklichkeit ja viel langsamer geht und bis jetzt haben wir ja praktisch nirgends hier in Deutschland auch nur irgendeinen schnellen Anstieg von irgendwelchen Schwerkranken gesehen, dann sollte man also Teile des Lockdowns, besonders die Kinderbetreffenden, sofort zurücknehmen, auch die Maskenmaßnahmen für Kinder und so weiter und dann erst mal gucken, was passiert. Und sowieso habe ich ja immer gesagt, dass eine Erzeugung einer künstlichen Untersterblichkeit sowieso ruinös für das Land ist. Wir müssen einen Zielschuss machen. Wenn an solchen Atemwegserkrankungen in einer Saison ungefähr 20.000 Menschen sterben, dann ist das gut so. Denn wenn wir das künstlich mit Riesenaufwand vermeiden, gewinnen wir keine zusätzliche Lebensfreude und Lebensqualität, verlängern da kein Leben um Jahre, sondern gewinnen oft nur ein paar Tage eines verlängerten Sterbeprozesses. Also wir müssen ganz klar sein, ungefähr 20.000 Atemwegserkrankungstote in einer Saison sind ganz normal und wir sollten weder zulassen, dass wir groß darüber liegen. Da kann man dann Maßnahmen machen, wenn das wirklich ernsthaft droht. Und wir sollten aber auch nicht, auf keinen Fall darunter bleiben, denn das rächt sich in jeder Hinsicht, denn der Preis, den wir dafür zahlen, für praktisch null dazugewonnene Lebensfreude und Lebensqualität von Menschen, der ist immens hoch und zerstört Deutschland weiter. Und wir haben ja morgen dann vielleicht die letzte Chance für Deutschland. Wir werden ja danach eventuell auch wieder weiter in Englisch unsere Sendungen überwiegend machen, weil wenn das morgen keine positive Entwicklung nimmt und sich nicht abzeichnet, dass daraus eine Sache resultiert, die am Ende zu 20 Millionen Klicks im Internetfernsehen führt, weil es von allen weitergetragen wird, diese Parteiprogramm-Nachdenkgespräche sozusagen, dann sozusagen ist eben auch dieses Erzeugen künstlicher Untersterblichkeiten einer der unsinnigen Sargnägel, mit dem Deutschland Selbstmord begeht sozusagen. Ja, wenn mir persönlich ein Arzt Schlimmeres prognostiziert, gehe ich immer so vor, dass ich die Gefährlichkeitsüberschätzungstendenz dieser Ärzte einberechne, dann teile ich das vielleicht durch 10 und so weiter und dann gehe ich davon aus, naja, wahrscheinlich ist es gar nicht gefährlich. Dazu fehlt aber leider der Regierung das Wissen. Diese Schulbildung, die ich ja auch gestern angesprochen habe, also dieses, ja, ich nenne es jetzt mal Weltkunde, also das, was wir früher als Kinder gelernt haben, Erdkunde, Biologie, Sozialkunde und so weiter, alles so. Eigentlich brauchen wir in der Schule nur zwei Bereiche. Wir müssen, dass die Leute wieder die Grundfertigkeiten lernen, rechnen, lesen, schreiben, lesen, schreiben, rechnen und alles, was man wirklich für eine solide Berufstätigkeit braucht, Sprachen, Englisch und so weiter, vielleicht noch so ein ganz bisschen sozusagen lateinischer Einfluss auf die Weltsprache, sodass man da noch so lernen umgeht, richtig mit Fremdworten richtig umzugehen, aber nicht das, man braucht nicht das ganze große Latinum, aber sozusagen. Und ansonsten braucht man nur einfach die Weltkunde und das muss jeden Tag mindestens eine Stunde auf dem Programm stehen, damit man die gesamte Evolution, die ganze Entwicklung des Universums bis heute versteht, denn wenn man, wenn die Menschen ohne Weltkunde können weder regieren, noch in der Demokratie sinnvoll mit abstimmen, weil sie die Welt ja gar nicht verstehen. Also Weltkunde vielleicht als neues Schulfach. Gut. Volksabstimmung zum Beispiel, Volksentscheide, die hätte man wahrscheinlich sofort ins Grundgesetz als Muss verankern müssen, denn jetzt hat man erst mal ein riesige Parlamente entstehen lassen und dass die jetzt noch mal Macht an Volksentscheide abgeben, das ist wohl nicht mehr zu schaffen, das werden wir wohl nicht hinkriegen, sondern wir müssen das so machen, wie das die Next Scientists for Future machen, nämlich den Politikern ein viel besseres Leben, zum Beispiel über die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme anbieten, wo sie mitleben können, dass sie neue Rahmenbedingungen bekommen, die aber ihr eigenes Leben eher verbessern als bisher, als verschlechtern wären. Wenn, wenn, wenn Macht an die Volksentscheide abgegeben würde, dann würde das ja im Moment eher die, das Leben der Politiker verschlechtern, ja, denn dann würden viele Dinge wegfallen, die nicht ausgeglichen würden und ja, letztendlich, ja, stellen sich vor, ein Lobbyist redet lange mit einem Politiker und die sind befreundet und der Politiker gleicht sich der Meinung des Lobbyisten an und so weiter und dann wird auch eine Parteispende gemacht von dem entsprechenden Konzern und so weiter und dann kommt plötzlich ein Volksentscheid, der sozusagen die Gesetzesnovelle kippt, sozusagen, die aufgrund dieser Gespräche entstanden ist, dann wird die Parteispende vielleicht nicht getätigt oder was auch immer und ja, und für den Politiker, der erlebt das eigentlich nur als Nachteil, ja, in seiner Welt sozusagen und deswegen denke ich, dass das nicht kommen wird, ne. Ja, jetzt wird das wohl kaum noch zugelassen. Außerdem diese Testwahl, die ich da im Internetfernsehen gerade gesehen habe, aber die wirkt also so, wie wenn da eigentlich an dieser Testwahl da irgendwie nur linksextreme Wähler teilgenommen hätten, die dann also nicht durch die ich dachte Entscheidungen gefällt haben, die man auch so vernünftigerweise nicht machen sollte. Also wenn schon Volksentscheid, dann muss man da vorher mal drei Wochen aber richtig gründlich in allen Instanzen der Gesellschaft diskutieren, ja, denn sonst kann sowas eben auch nach hinten gehen, denn wenn alles aus Unkenntnis falsche Entscheidungen getroffen werden, kann ja auch ein Problem sein, ne. Der Sender Welt im Internetfernsehen hat sozusagen irgendwie eine irreführende Zahl präsentiert mit sechsmal höher in Schweden, ja. Natürlich sind die Todeszahlen verglichen, also wenn wir die deutsche Untersterblichkeit, die als Untersterblichkeit für Deutschland total schädlich und ruinös ist, sozusagen, wenn man damit die Sterbezahlen anderer Länder vergleicht, dann ist es klar, dass dann alle anderen scheinbar schlechter darstellen. Dabei steht Deutschland mit der aktiven Erzeugung einer Untersterblichkeit eigentlich viel schlechter dar als andere Länder. Denn diese aktive Erzeugung der Untersterblichkeit bringt uns ja etliche Prozent mehr an Wirtschaftsschädigung und allein das und dann nicht gerechnet die Selbstmorde und all die anderen Sachen und all das Unglück der Menschen und der Glücksverlust und der Lebensfreudeverlust, das müsste man ja eigentlich mit reinrechnen, ne. Und dass Schweden, wenn man Schweden also mit 2018, also einer kräftigen normalen Sterblichkeit von über 25.000 angeblichen Grippetoten vergleicht, dann liegt Schweden im Moment nur höchstens doppelt so hoch, noch nicht mal doppelt so hoch wie Deutschland, also weit entfernt von sechsmal so hoch. Und das wissen wir ja nicht, wie weit da diese Aufmerksamkeitsfokussierung auf Corona also quasi da zur Übertreibung dieser Zahlen geführt hat. Wir wissen ja gar nicht, wie viel Prozent diese angeblichen Corona-Toten überhaupt echte Corona-Tote sind und so weiter. und wie weit da also sozusagen Faktoren eine Rolle gespielt haben, die es bei jeder normalen Grippewelle im Winter, die ja immer unbeachtet verläuft, gar nicht gegeben hätte und so weiter. Also, dann haben wir, man scheut es dabei auch, der Sender-Welt scheut es dabei auch, einfach zum Beispiel die weißrussischen Zahlen zu präsentieren und die weißrussischen Zeugen zu interviewen, die ganz normalen Bürger, denn das würde jetzt wiederum sogar Zahlen bringen, die sogar weit unter der künstlichen Untersterblichkeit, die Deutschland mit dem Lockdown erzult hat. Und dann müssten sie die Frage beantworten, ja, wie hat denn, wie hat denn weißrussland ohne jeglichen Lockdown durch völliges Ignorieren, genau genommen hat ja weißrussland Corona behandelt, wie die jährliche Grippesaison, ja, also die Winteratemsterblichkeitssaison und hat damit noch weit weniger angebliche Corona-Tote zu verzeichnen oder benannt als eben Deutschland, jedenfalls im Verhältnis sogar, ja, denn wir kämen in Weißrussland, müssen wir 10 Millionen Menschen, müssen wir mal in acht nehmen, acht mal 800, kämen wir gerade mal auf 6.400 angebliche Corona-Tote und Deutschland hat ungefähr 10.000 Corona-Tote, also das heißt, Deutschland hätte dem Lockdown zu verdanken, dass es 3.600 mehr Corona-Tote hat als im Vergleich dazu Weißrussland, ja. Also, so, dann kam das Thema auf Kuscheljustiz und das habe ich ja auch schon ganz oft angesprochen, nämlich, dass wir natürlich als Unternote zum Beispiel der Wohlfühlstimme könnten wir die Sicherheitsstimme einführen und dann macht nur noch nicht der Richter, der Kuscheljustiz praktiziert, sondern nur noch, machen nur noch die Richter, Staatsanwälte und Polizisten Karriere, die uns bürgern, unser Sicherheitsgefühl dadurch steigern, dass sie einfach dafür sorgen, dass letztendlich innerhalb kürzester Zeit alle diese Kriminellen auf einen legalen, nicht kriminellen Lebensweg überwechseln und dafür werden sie dann fürstlich honoriert und nicht mehr wie bisher dafür sozusagen immer mehr Kriminalität zu fördern und immer mehr Täterschutz vor Opferschutz zu praktizieren. Aber das habe ich ja auch schon x-mal beschrieben hier in den, Sie finden das alles in den 700 Sendungen der vielen Playlists des Senders News und Talks und in den sechs Homepages, von denen ich Ihnen ja vorhin eine gezeigt habe. Dann haben wir hier noch zum Schluss nochmal der Blick auf die Tagesthemen, auf das wissenschaftliche Heute-Journal. Ja, das wird die Frage sein mit der Partei und dann haben wir eigentlich nur noch Corona, haben wir auch genannt und Markus Krall, ja der ist so der Gegenpol mit seiner bürgerlichen Revolution. Also diese Revolution wird dann eben das Gegenstück zur bürgerlichen Revolution sein, weil sozusagen freier Markt hat uns Kriege gebracht, hat uns Pharma und Impfindustrie und Medizinindustrie und Impfwaren und all diese Dinge gebracht und hat uns eine vergiftende Ernährungsindustrie gebracht und eine krankmachende Landwirtschaft. All das hat uns freier Markt und freie Arbeitsteilung gebracht und wird uns auch da immer wieder neu produzieren. Das ist die Grundkrankheit des freien Marktes sozusagen und deswegen muss der beendet werden und muss gelenkt werden und das können nur die Next Scientists for Future. und Markus Krall scheitert schon an der Frage des Problembewusstseins sozusagen. Er hängt quasi der Religion oder der Ideologie des freien Marktes an. Er ist also sozusagen ein sogenannter Marktradikaler und das wird das Elend der Menschheit immer nur weiter vergrößern und deswegen müssen wir immer wieder warnen vor der bürgerlichen Revolution des Dr. Markus Krall. Ja, das war's für diese und dann hoffe ich mal, dass morgen das ein Riesenerfolg wird. Sie sehen es ja dann hoffentlich in der Sendung, in der Talkrunde. Tschüssi!